Wenn ich dir doch sage, Alter, ich bin doch nicht bescheuert, aber was, guck mir der Aussicht doch mal an! Wenn ich dir doch sage, ich hab doch was von dir gesehen! Du bist doch von dem Tierarzt, was soll ich denn machen hier? Nein, ich weiß es nicht, wie soll ich dir das erklären, Alter? Das funktioniert nicht, so wie das Ding geworden ist, das ist eine Schweinsnase, wie soll das funktionieren? Nein, überhaupt nicht! Das sieht aus wie Düsseldorfer! Das ist unmöglich, das kann ich dir doch ohne wieder weiter, das kann ich dir nicht zeigen, das geht doch gar nicht! Das gibt's doch nicht! Nein! Das ist doch aus dem Milieu, ist die Olle, ja, aus dem Milieu, guck dir doch mal an, wann dabei rausgekommen ist! Ich hab jetzt keine Ahnung, wo den Typen aufgezogen werden! Ja, du, du kennst das, du arbeitest ja auch an Düsseldorfer-Bogel! Mann, Mann, Mann!